Ich möchte mich vorstellen, ich bin Wilfried Meier, der Eigentümer des Jagdgutes Lütow auf der Inseluselung. Wir haben hier sehr viele Jagdmöglichkeiten, Hochwild, zum Beispiel kapitale Hirsche, 8 bis 10 Kilo sind sehr gute Trophäen, aber auch über 11 Kilo sind möglich. Ganz wichtig, sehr sehr viele abnorme Hirsche, hochinteressant. Darüber hinaus Schwarzwild, das ideale Biotub schlechthin. Ganz viele Sümpfe, Moore, Schilfwälder und kapitales Riewelt. Die Spitzentrophäen bewegen sich über 400 bis 500 Gramm. Zusätzlich jedes Jahr fallen hochinteressante Ablaubeböcke. Darüber hinaus bietet das Revier alle Möglichkeiten für Wasserwild. Wasserwild, ob das Gänse sind oder Enten oder Tränen. Wasserwild zu beobachten. Sehr viele Seeadler, die hier horsten. Fischfutter, Biber, ein hochinteressantes Biotop. Das Haus findet sich mitten im Revier. Man kann also Fuß zur Pirsch gehen. Das Haus ist so gestaltet, dass wir drei Schlafzimmer haben, mit maximal sechs bis acht Personen. Zusätzlich zu dem Wohnhaus habe ich noch ein kleines Jagdhäuschen. Gut geeignet für drei bis vier Personen, aber auch für eine Familie mit ein, zwei Kindern. Komplett ausgerüstet, was eigentlich ein Gast hier erwartet. Wie der Wild sollte ich erwähnen, haben wir reichlich Füchse, Dachse, Waschbären, Marderbunde, Mink. Und alles direkt am Wasser hier. Der Pene am Achterwasser. Zusätzlich hervorragende andere Möglichkeiten auf fast alle Süßwasserfische, die wir kennen. Ganz viele Gäste kommen regelmäßig, fühlen sich hier sehr wohl. Ob das aus Deutschland ist oder ob das das bedachtbaute Ausland ist. Vorländer stehen in Skandinavien sowieso, aber auch aus Österreich, Italien, Schweiz und Frankreich. Was erwartet den Gast hier? Das Revier ist circa 500 Hektar groß. Er hat sehr viel Fischwald, überwiegend Glaubwald, Buchen, Reichen, aber auch Moore, Sümpfe, Stahlküsten. Das Revier liegt mit über 60% der natürlichen Grenzen direkt am Wasser. Eine Varietät und wird jeden Jäger begeistert. Hier ist die Kanzel am Entenfuhl. Vor uns ungefähr 6 Hektar Ackerland. Ringsrum Wald. Die Krumider Wieg. Ein hervorragender Ansitz auf Schwarzwild. Kapitales Rehwild. Und natürlich alles Wasserwild. Zusätzliche Möglichkeiten bietet hier das Wasser vor der Haustür. Sie können Boote bieten. Sie können Wassersport betreiben. Wir haben in der Nähe die besten Nachsgewässer eigentlich in Europa. Auch mehr Forellen werden hier sehr viele gefangen. Es gibt einen weiteren Hafen, der zum Jagdgut gehört. Ein Hafen für Sportboote, für Seegeboote. Gäste können also jederzeit ihr eigenes Boot mitbringen. Ein Liegeplatz ist garantiert. Herzlich Willkommen also in diesem sehr bitteren Revier. Ich versichere Ihnen, wie viele Jäger vor Ihnen schon. Sie werden sich hier sehr wohl fühlen. Sehr heimisch fühlen. Jagdliche Räume erfüllen können. Und alles, was dazugehört, werde ich mit beitragen. Das ist ein voller Funke. 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 Bescheid. Das ist ein voller Funke.